Ich hoffe, hier ist jetzt ein Speicherpunkt oder so. Oh. Das hier kann ich sprengen. Ich will erst mal... Achso. Ich habe hier irgendwas noch nicht richtig gemacht. Ich hätte irgendwas anderes hacken sollen. Ach, den Fahrstuhl! Obwohl, warte mal. Ich gehe jetzt nochmal hier ganz kurz hin, weil wir konnten hier ja rein. Achso, aber nicht hier raus. Okay. Naja, ist okay. Ich weiß, ich laufe super Umwege. Ups. Nicht gut. Ups. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. Sechs Jahre alt. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. B. Ach. Du. Scheiße. Die Waffe nehmen wir mit? Nein. Ausschalten! Ich will mal ganz kurz die Kamera da hacken, weil da ist noch ein Audio-Log. Das war so blöd. Warum habe ich diese Waffe ausgerüstet? Okay, also. Wir nehmen die Waffe zwar mit, wir ducken uns aber. Nein. Die kommen hier rein, ne? B. A. A. Du hast wen im Visier? Du bist nicht mal in selben Raum mit mir. Bist du dumm? Oder was? Ich bin gerade echt gewillt, hier drinnen zu bleiben. Hier ist nämlich schön. Das ist ja nett von dir. Versprich mir einen schnellen Tod. Ich kann darauf verzichten. Mir geht es hier soweit erstmal ganz gut. Ich glaube, die kommen nicht. Ich glaube, ich muss wirklich raus. Das ist ein Dreck. Ich suche mehr ein Ziel. Deckung. Stopp dich! WOOOOO! WOOOOO! Ich suche mehr ein Ziel. In eine Granate. Wo bist du? Are you fucking kidding me? Ein Heli? Wirklich? Ein Heli? Ein Heli. Ich hasse Helis. Und ich seh ihn ja nicht mal. Und ich seh ihn ja nicht mal. Welche dummen... Ach, da. Da, da war er gerade. Und ich seh ihn ja nicht mal. So. Wo seid ihr denn? Da oben. Da oben. Und ich seh ihn ja nicht mal. Hast du nicht gerade gesagt? Du haust ab? Fucking Heli. So. Der ist über mir. Das heißt, ich muss da irgendwie erstmal rauf. Wo schießt du denn hin? Nein! An dir sterbe ich jetzt nicht, Junge. Jetzt geht's ja noch los. Scheiße, der Boss braucht uns woanders. Abmarsch! Fahren Sie fort. Diese Clara weiß zu viel. Man kann ihr nicht mehr trauen. Sie ist ein Risiko. Sie wissen, was zu tun ist. Ihr Chirurg hat die Verlängerung ihrer Medikamenteneinnahmen bestätigt. Unser Kurier wird Ihnen so schnell wie möglich Ihre Nitro-Pillen liefern. Vielen Dank. Pro-Pile haben. Oh. Da drüben ist ein Audio-Lock? Ja. Wir mussten unsere Zusammenarbeit mit Clara L. beenden. Eine bekannte Heckerin. Hat früher oft für uns gearbeitet. Leute aufgespürt, die wir über die regulären Kanäle nicht finden konnten. Kennt unsere Arbeit. Nur hat sie leider ein Gewissen entwickelt. Ich habe das junge Mädchen einmal getroffen. Charmant, lehr, klug. Leider ist sie zu einem Risiko geworden. Es ist traurig, sie gehen zu lassen. Aber ich habe viel Versprechendes über einen anderen Hacker gehört. Einen jungen Mann namens Default. Wir müssen unbedingt ein Treffen arrangieren. Du hast also Default dann engagiert. Und ist hier hinten noch was? Ich glaube nicht dran, aber auch nicht. Was ist das denn? Dann pack mal das Ding ein. Muss ich eventuell aus dem Fenster gucken? Ah. Muss ich nicht einfach schießen? Oh, warte. Viele Leute wollen sie schnappen. Das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Erwarten sie Applaus, wenn sie da rausgehen, dass die Stadt vor ihnen niederkniet und ihnen dankt. Ist alles in Ordnung? Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Ich bin Ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einen alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich hab sie fertig gemacht. Jeden Einzelnen. Wollen Sie, dass ich bettele? Lucky Quinn? Auf den Knien. Betteln Sie ruhig. Das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Es war ein Fehler. Wir dachten, Sie wollen das. Ich hab das. Vielen Dank.